hallo ja ich bin grad hier irgendwie an alles dran gekommen habe alles verrückt und hoffentlich ist jetzt dass ich mache mir manchmal voll gedanken obwohl das mikro irgendwie nur zwei zentimeter weiter links sitzt als es normalerweise obwohl das gar keinen unterschied machen sollte was mir auffällt übrigens die ps5 ist da oben gefühlt ein bisschen lauter ja das interessiert euch passt so sehr wie das eine ausblendung eine einblendung schon mal da gewesen am schrottplatz nein hab nur das schild auf dem weg gesehen wie wär's wenn wir zur hauptstraße gehen ich dachte das ist sie nein das ist das hackett gelände die hauptstraße liegt eine meile da lang wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du klappe wir laufen also noch eine stunde bis zur hauptstraße und nach weiteren drei bis vier stunden fußmarsch sind wir dann beim nächsten was weiß ich lasst uns weitergehen tja sehe ich jetzt wohl aus was mit nem haken sieht's cool aus wir nennen dich hucki mehr guck face endlich endlich erwähnt mal jemand die abgehackte hand so als hätte das spiel in der letzten folge gemerkt dass ich mich darüber beschwert habe so was haben wir denn als unpassende option zur auswahl keiner wird mich behandeln wie vorher es ist echt was neues stay positive frage würdet ihr wenn ihr mit einer abgehackten hand durch einen werwolf wald laufen würdet positiv sein oder eher niedergeschlagen da das ganze spiel darauf ausgelegt ist unpassend in situationen zu reagieren die lebensgefährlich sind würde ich sagen positiv naja es ist etwas neues ich mache mir verschiedene aufsätze drauf ja man lass dich drauf ein ist ja auch eine mord story ja ich schätze das ist etwas worüber man im radio spricht und in ein paar jahren lachen wir alle drüber du ich vielleicht sogar rein haben wir unsere chance verpasst wird das jetzt romantisch vor allem und was ist nachsinnend ein bisschen zeit für mich da ich das rechte nicht verstehe mache ich das linke auch wenn es auch nicht passt ich war lagerfeuer recht kurz davor täusche ich mich oder wer da beinahe was passiert vielleicht der nächstes jahr naja schaffen erst mal dieses ist aber am ende auch egal jetzt ist wenigstens klar auf welchen typ reinsteht selbstsicher und heroisch augenklappe also piraten vielleicht hat sie ihn am haken da schon gut ein bewegungsmelder alles gut glaube ich schau nur steampunk ist zurück komm da lang die regen so witzig positiv in jeder situation so als ob die das nicht checken dass sie gleich sterben könnten jetzt kommt mal alle runter im dunkeln trifft du nicht spaß die sieht das doch die ist doch schon ein halber oder hab dich jetzt reiche ich meine armen lieber andere sterben lassen jetzt sofort auf was zum teufel ist hier oben aus wach auf wach auf Jetzt wird, jetzt wird niemand mehr geschützt, Travis. Die wollte uns noch umbringen, die Frau. Ja, zieh klar. Ach, komm, zieh raus. Komm, weg damit. Und dann verbinden. Zieh schon. Zieh jetzt. Spasti, Alter. Verbinde dich. Was ist das? Die Lunge ist da, oder was? Kann ich jetzt normal rumlaufen hier? Was ist das? Ach, nein. Versuch doch erstmal was zum Verbinden, bevor du jetzt... Der wird sterben, wenn der so weitermacht. Okay, lesen wir erstmal diesen Brief. Kaylee Hacketts Bekenntnis schreiben an ihre Großmutter. Was für ein Bekenntnis schreiben? Kann man das lesen? Ach, wir stecken es ein und lesen es nicht. Ich will auch was zum Verbinden finden, Alter. Ist das schon mit einer Geheimtür hinter? Oder auch nicht? Okay, ich gucke nochmal rein. Das ist doch... Das kann doch nicht nichts sein, Alter. Das ist... Irgendwo ist da so ein Knopf, auf den man gucken muss, damit man ihn aktivieren kann. Echt? Nichts? Der ist mir ein bisschen zu langsam. Ich... Der hat auch voll wenig... Der hat auch überhaupt kein Problem damit gehabt, sich das Messer rauszuziehen. Aber jetzt lässt er sich noch ewig Zeit. So. Was ist das? Nein, nicht da durchgehen. Bleib erstmal in diesem Raum. Irgendwas ist doch irgendwo. Ey, hier ist doch ein... Du brauchst nicht mal einen Verbandskasten. Du brauchst einfach nur ein bisschen... Ja, zerreißt die Bettdecke oder so. Höh. Was? War das Kacke? Ich hoffe. Mit Kacke kenne ich mich klar. Es stinkt vielleicht etwas, aber sonst... Ey, Junge. Du sollst dir einfach ein bisschen was abreißen und verbinden. Das blutet doch. Einfach nur herrlich. Ein super Tag heute. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Der Tod. Ja, das ist die beste von allen Karten. Den werde ich gleich übrigens nehmen. Tod interessiert mich so. Ich lese das jetzt nicht vor, weil das macht die Frau ja gleich. So. Falls wir sie nochmal wiedersehen. Ja, da haben wir uns jetzt aber nicht verbinden können und es scheinbar zeitlich egal ist. Gucke ich auch nochmal kurz diesen Eimer da an. Ich hoffe, es ist zeitlich egal. Okay. Ich finde die Sachen, wo man sich neu... Äh, wenn man sich alles zweimal angucken kann, finde ich relativ sinnlos, wenn man dabei nichts machen kann. Aber bisher war das scheinbar... ...nie der Fall. Ach, Jumpscare. Nicht versperren. Der kommt da eher durch. Guck den Typen mal an. Unter das... Er will sich ja vom unterm... ...Bett... ...den Eimer holen. Gehen wir lieber in den Schrank. Fuck. Alter, das hat er doch gesehen. Was? Ach, nein. Der hat doch abgeschlossen. Geht jetzt da rein? Hoffentlich. Nein. Bittchen. Kein Geräusch machen, bitte. Äh. Okay. Was? Komme ich jetzt in den Raum mit dem magischen Duft? Ja, Mann. Was? Lauf mir ja nicht weg, Drexer. Ja. Uff. Was ist das? Alter, du solltest dich verbinden. Der hatte 20 Minuten Zeit. Jetzt läuft er verblutet. Egal, das heißt ja tippeln. Immer tippeln, hoffe ich. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Wichser. Selber, Wichser. Egal, erst mal ausblenden. Es war ja gerade nur spannend. Ja gut, die Oma hat also dafür gesorgt, dass keiner geopfert wurde oder so. Aber die wollte uns jetzt umringen. Was soll ich machen? Eher rennen. Die kennen sich in ihrem eigenen Haus offenbar sehr gut aus. Dann rennen wir lieber. Wow, da hätte ich sterben können, glaube ich. Perfekt. Ein bisschen aufspießen ist auch nicht so schlecht, ne? Naja gut. So. Ich nehme immer weiter rennen, wenn das eine Option ist. Das hat vorhin mit dem Schrank so gut geklappt, dass ich Verstecken nicht mehr als verliegenden Weg sehe. Ach, jetzt darf ich rumlaufen. Okay, perfekt. Ich habe wahrscheinlich mal wieder unendlich Zeit. Gibt es hier echt Bären? Wand mit Jagdtrophäen. Die Jagderrungenschaften der Hackets. Wieso haben sie die Einschusslöcher und Verletzungen nicht verdeckt? Macht man denn sowas? Keine Ahnung. Vielleicht dienen sie als Erinnerung daran, dass diese Tiere wirklich tot sind. Okay. Ach nein, nein, nicht hier hochgehen. Nein, nicht dreh dich um. Die Steuerung ist echt manchmal ein bisschen... Naja. So, das will ich erstmal gucken. Bitte spiel nicht drauf. Bitte schaust dir nur an. Nicht drücken, bitte. Nein. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja da, dass so ein Batman-Begin-Szene kommt und dann so eine Geheimtür aufgeht, wenn man darauf spielt. Aber... Diese Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch genug, um es auszuprobieren. Tut mir sehr leid. Bisher sind erst zwei gestorben, obwohl... Der eine ist ja nur zum Werwolf geworden. Also einer ist gestorben, oder? So, hier ist nichts, wie immer. Ach, die Sonne. Perfekt. Ich lese mir jetzt auch das nicht durch, weil... Wie gesagt, die Oma ist ja da. Frag mich, was mit diesem Wanderzirkus ist. Ob das Patient Null ist? Aber glaub eher nicht. Also ob der Patient Null aus dem Wanderzirkus ist? Was? Was? Ach, weck mich doch. Ist die noch da, die Oma? Ich gucke da jetzt nicht mehr raus. Ich habe keine Ahnung, was mit der los ist, ne? Was machst du denn so? Wie geht's, Schätzchen? Ab jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker! Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Bring den um, ist doch egal. Wir retten die, äh, Laura dann gleich. Aber der Opa ist böse. Ich mag sie lieber als ihn. Obwohl sie ein Monster ist. Renn eher. Komm. Ich denke mir, wenn ich jetzt angreife, wird sie... Renn doch! Ja, macht's. Gut, dass sie geschossen hat. Sonst wäre er jetzt tot. Und der Nackte kann jetzt auch durchs Haus laufen. Das wird einfach nur super. Zieh am besten die Unterhose aus, damit du alle verschreckst. Unterhose ist so ein veralteter Begriff. Sagen wir lieber Boxershorts. Wohin geht denn der jetzt? Wo bist du? Jetzt ist sie gerannt. Das hat gedauert. Gut, immerhin hat sie den Befehl ausgeführt. Alter, der muss sich verbinden, ne? Der ist so dumm. Ich dachte, der ist noch mit einer der korrektesten, aber... Jetzt nicht mehr. Nicht, wenn er kein Bärchenpflaster findet. Aber wie, wenn er mit dem Messer drin rumlaufen würde? Das ist doch genauso scheiße. Und du hast einen Vorsprung von drei Metern. Also, ich würde mich ein bisschen beeilen an deiner Stelle. Jetzt greift er durch die Wand. Okay, perfekt. Ich habe das Gefühl, man muss immer einfach nur bis zum Ende gedrückt halten hier. Das ist das Äquivalent wahrscheinlich zum Controller stillhalten in Until Dawn, nur geht das hier nicht mehr wegen der fehlenden Kamera oder weil das ein Multi-Plattform-Titel ist, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall hier gerade nicht besonders... Also, das ist die sinnlose zu aller Funktionen, dieses Luftanhalten. Okay. Wow, jetzt steht er dahinter. Nein? Okay. Junge, du musst dich verbinden, Alter. Oder lass dich zum Werwolf machen. Dann wird er gesund und alle töten kurz Hackett und dann ist er gesund und kein Werwolf mehr. Oh, das war klug. Gnadentod. Laura! Oh nein, Gewissen! Leg dich lieber mit mir an! Travis! Laura? Wow, wow, langsam! Langsam! Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du, eigentlich nichts Besonderes. Wie schlimm ist es? Es tut mir leid. So schlimm, ja? Ich geb wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Spöttisch? Bah, was? Nicht deine Schuld. Ich hätt nicht kommen müssen. Ich hätt's verhindern sollen. Äh, du bist doch nicht mein Boss. Sorry. Ist okay. Holt Verbandszeug, Alter. Sterbe ich jetzt? Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Warte. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht ja doch. Was? rein wenn ich dich jetzt weiße dann wenn ich dich jetzt weiße dann bist du auch infiziert das heißt das heißt es halt dann aber es heißt auch ja verstehe schon böser wolf rein ich habe nicht viel zeit ich spüre wie es aus mir heraus brechen will wenn ich dich jetzt weiße und es heilt dann muss ich christ töten du tötest nicht christ du tötest einen werwolf und rettest dein leben und meins und das von max und anderen beißen lassen und leben und christ töten oder verbluten in etwa ja entscheide wenn es geht tun wir es oder nicht klar ich meine die idee ist so dumm dass sie gut ist und außerdem wenn ich ablehne dann verblutet der stirbt sie wird zum werwolf keiner kann den keiner kann chris hackett methoden weil wir nur noch nackten haben und zwar die auf einem schrottplatz sich umsehen statt nach was weiß ich die brauchen die wollen schon mal im auto sich nur verpissen also und außerdem ich habe nicht viel übrig für diesen chris hackett also mir ist ja völlig egal also scheiß ich auf das was der charakter denkt wir haben ein paar stunden zeit dann killen wir den klar machen wir hoffentlich tu es okay weich und saftig für dich scheiß drauf was sollst komm das einfach gleich wirst du dich besser fühlen bald glaube ich dann bleibt ihr noch so was ist eigentlich mit der geister oma die die ist einfach da pause das hat noch gehofft nicht also hoffentlich aber nichts gesehen ich zumindest nicht die folge ist hier zu ende ich bitte eure bewertungen und eure kommentare und ja mal schauen ob wir demnächst zwei werwölfe die drei wer drei ausgewachsene werwölfe haben oder einen toten camp leiter und wieviel teenager ne teenager sind es jetzt nicht mehr aber gut wenigstens also sagen wir so teenager mal zwei minus eine hand so viel werden wir dann haben tschüss so